Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. In unserem Leben dreht sich bewusst und unbewusst alles um das Thema Licht. Was würden wir nur ohne Licht machen? Genau, wir würden im Dunkeln tappen. Auch wenn uns jemand grünes Licht gibt, kann er uns hinters Licht führen. Aber keine Sorge, früher oder später geht uns ein Licht auf. Egal wie verzweifelt wir auch waren, spätestens jetzt sehen wir am Ende des Tunnels wieder Licht. Nun können wir die Wahrheit ans Licht bringen, indem wir die Dinge ins richtige Licht rücken. Fazit der Geschichte. Vergisst nie, wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber etwas verstehe ich immer noch nicht. Man sollte doch nachts nichts essen. Warum gibt es denn Licht im Kühlschrank? Tschüss! Tschüss! Tschüss!